Diese Aphorismenbruchstücke Das Leben ist wunderbar und schön jubiliert, Benigni. Das Wiederkehrsprinzip will Gestalten herausselektieren, die trotz alles Entsetzlichen nun dennoch erst recht es anpacken wollen und jubilierend ausrufen, ach wie schön. Aber nicht, wenn sie nur so tun, sondern sie es wirklich so empfänden, nachdem sie lange genug durch die Mangel gezogen wurden. Vergleiche das frühere Gedicht Mutter kann nicht kommen. Die Verunwirklichung, die Polarisierung der Welt in himmlisches und höllisches gäbe es nicht, wenn es nicht jenes himmlisch Hölle, Höhlen allerheiligste in den Frauen gäbe, das auch für sie jenseits liegt aller Vorstellung, aber nicht Empfindung oder Empfängnis. Das auch für sie selber einen mythischen Ort darstellt, eine unbeherrschbare Nat-Ur-Gewalt, an der die wenigsten anzudocken vermögen, trotz ausgiebigen Exerzierens und nicht Zauderns und Sich-Zierens. Vielen Dank.